Oh Mann ey, Lami hat mittlerweile schon so viele Songs rausgebracht. Und um ehrlich zu sein, würde ich mal richtig gerne auf alle Lami-Songs reagieren, um zu sehen, welche der beste ist. Das könnte ziemlich schwer werden und ich bin richtig gespannt, für welchen Song ich mich am Ende entscheiden werde. Das heißt, wir fangen einmal mit dem Sassitanz an und steigen uns dann immer weiter, bis wir beim neuesten Song, dem 1-Million-Abonnenten-Special, angekommen sind. Lass da ein Like und ein Abo da und los geht's! Banani-Sassitanz, offizielles Musikvideo! Oh ja, Freunde, ich kann es gar nicht glauben, Banani hat einfach sein erstes eigenes Musikvideo rausgebracht. Und darauf werden wir in diesem Video reagieren, Freunde. Und ich würde sagen, natürlich müsst ihr für alle erst mal dem Video ein Like geben. Daher hat das Banani den Song gemacht, dann habe ich ja auch einen richtig coolen Banani-Filter, damit ihr meine Reaktion ein bisschen besser mitbekommen könnt. Und jetzt schreibt schon mal von 1-10 in die Kommentare, wie ihr diesen Filter findet. Und ich würde sagen, ich mache das Video einmal groß und fange auch schon direkt an. Und es findet in der Brookhaven-Schule statt, so wie es aussieht. Okay, oh mein Gott, das sind hier so viele Schüler einfach. Hi, ich hätte gerne bitte eine Banane. Jeden Tag kochst du dir eine Banane. Ich glaube, du magst Bananen, stimmt's? Ey, ich mag auch Bananen. Schaut euch mal diesen coolen Filter an, ey. Ja, ich liebe Bananen. Die sind so lecker und gesund. Oh, warte mal, da steht ja Banani. Oh, ich bin sehr gespannt, was Banani dazu zu sagen hat. Oh, wow, Nami, ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. Äh, okay, das ist ja mein Vegas-Hass. Äh, war ja klar. Aber hey Banani, heute ist doch der Schulball. Frag sie doch einfach mal, ob sie mit dir tanzen will. Oh, tanzen? Mann, ey, du weißt doch, dass ich nur diesen einen Tanz kann. Äh, ja, den Sassi-Tanz. Also da los, Franzi. Oh man, Brüdi, glaubt ihr, ist das eine gute Idee? Hä, dass Banani das Mädchen einfach mit dem Sassi-Tanz anspricht? Oh, ich weiß nicht, Franz. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Na los jetzt! Oh, oh, hi, alles in Ordnung bei dir? Hm, also, na gut. Oh, dann los jetzt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte mal, das ist immer mal so cool. Der hat wirklich ein Ronaldo-Trikot an. Ey, warte mal, alle sind schockiert. Oh, okay. Ey, perfekt. Und der eine, der fängt einfach zum Tanzen an. Kommt mit, schreibt er Okay, ich bin gespannt, wo die hingehen Oha, ein Partybus Oh mein Gott Die machen einfach Party of the Brookhaven Yacht Das sind so viele Luftballons und Feuerwerke und Partikel einfach Ey, und alle machen den Sassitanz Okay, sie sind jetzt im Club Oh, sie geht einfach Und Banani rennt hinterher Okay, warte mal Er hat sich jetzt umgezogen Und er hat so einen richtig schönen weißen Anzug an Oha, und er geht einfach in sein Privat-Helikopter Okay, und sie fliegen weg So wie es aussieht Ich bin gespannt, wo sie hinfliegen Warte mal, vielleicht fliegen sie ja sogar zum Schulball Äh, das sehen wir jetzt Oh, zur Schule Und er steht auf der Bühne Mit zwei, ich glaube, Cheerleader sind das Oh, lol, und da tanzen alle Und ich glaube, da bin sogar ich dabei Warte mal Äh, ja, Freunde Schaut mal, wie krass ich da meine Arme in die Luft reiße Oh mein Gott, da bin auch ich einfach dabei Warte mal, das müssen wir nochmal angucken Hey, let's go Oh, und jetzt machen sie alle Party Und warte mal Ich glaube, Banani schafft das wirklich Das Mädchen zu überzeugen Weil schaut mal, wie nah die da schon aneinander tanzen Oh, und da dreht sich die Kamera nochmal Oh, und da dreht sich die Kamera nochmal Oh, und? Was sagst du? Oh, jetzt bin ich gespannt, wirklich Was denkt ihr, was sagt das Mädchen? Sagt das Mädchen ja oder nein? Wollen wir jetzt gemeinsam beim Schulball tanzen? Banani, da gibt es noch eine Sache, die ich erwähnen muss Oh, oh Ja, und das wäre? Äh, naja, also, ähm Um ehrlich zu sein Da gibt es schon eine Person, mit der ich beim Schulball tanze Was? Wie kann das denn sein? Na, aber warte mal Wer ist denn diese Person, bitte? Oh mein Gott Und da bin ich auch schon auf dem Musikvideo von Banani Und natürlich müssen wir das Video das erstmal liken Und es heißt wirklich Banani-Sui Offizielles Musikvideo Und naja, dann würde ich sagen Machen wir das Video mal in den Vollbildmodus Und wir starten auch direkt Okay, das ist ja mal gar nicht gut Mal sehen, was Labi dazu zu sagen hat Für den Song hast du später noch Zeit Lass uns jetzt lieber ein bisschen Wahrheit oder Pflicht spielen Mh, na gut Sui Oha, was waren das denn für lustige Laufgeräusche Äh, da bin ich wieder Oha, und das sind auf jeden Fall alle Freude, so wie es aussieht Mh, Duda, Wahrheit oder Pflicht? Mh, Pflicht Oha Oha Wutig, wutig Na dann, gib Banani einen Kuss auf die Wange Warte mal, wie saß ist das denn bitte? Als erste Aufgabe einfach schon so eine Nummer Dann bin ich mal gespannt, was das Mädchen dazu sagen wird Oh, warte mal, was Hihi, okay Oha Oha Oh, oh, mh, mh, mh Sui Menschenskinder, immer diese Sassi Was ist das denn für eine lustige Oma, ey Ich rufe besser die Polizei an Oha Wir haben ein kleines Problem Die Polizei ist hier Die Polizei war ja mal richtig schnell, ey Die Sassi Polizei Äh, oh, oh Warte mal, diesen Gesichtsaus kann ich auch mit meiner Facecam machen Oh, und es geht los Oh, und es geht los Also bis jetzt ist das Musikvideo schon mal richtig, richtig cool gemacht Auch mit dem Intro und einem Das gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut Oh, und die beiden rennen weg Ich glaube, der Polizist fragt gerade, naja, wo Banani und das Mädchen hin sind Und die sind einfach weggelaufen durch die Garage Und der ist richtig schockiert, so wie es aussieht Und, oha, der schießt einfach direkt in die Richtung Und, okay, das Polizeiauto ist ja mal richtig schnell Das ist direkt hinterher gefahren und hat Verfolgung aufgenommen, so wie es aussieht Und sie gehen dann in das Haus rein Und das Polizeiauto fährt einfach vorbei Das haben die mal richtig gut gemacht Also nicht die Polizistin, sondern Banani und das Mädchen Das blinkt ja da so in der Hürde drinnen Ja, ja, du bist meine Ah, die Polizei, oh nein Und das sind alle im Partyraum, so wie es aussieht Das sind der Schulmobber Emily und Afi Und Lavi Ups Und das wieder die alte Oma Und, oh nein, sie geht die Treppe noch oben Ich hoffe, die macht nichts Böses Und, oha, sie ist glücklich und sie tanzt einfach mit Ey, wie cool Und da sind die beiden Polizisten Und, warte mal, tanken die jetzt auch mit Oha, sie lachen auch Und, sie tanzen Und das ist echt mega cool Habt ihr gesehen, die haben alle synchron getanzt hier Und, der Vorhang geht zu Und, oha, das war mal richtig episch das Ende Und, das Musikvideo ist vorbei, so wie es aussieht Das war mal mega cool, ey Dieses Video war zwar nicht so lange wie der Sassi-Tanz Denn der Sassi-Tanz ging einfach 4 Minuten und 17 Sekunden Und der hier nur 3 Minuten und 47 Sekunden Aber, dennoch war der richtig cool, der Song Und, mal sehen, was die Leute hier so schreiben Ich konnte das Lied schon 6 Uhr morgens auf Spotify annehmen Oder hab's direkt als Favorit gemacht Mein neues Lieblingslied, Sui Der Song ist cool Cool gemacht, Lami Hab ihn überall geliked, wo es nur geht Und lade jetzt noch das Musikvideo runter Und hier sind wir auch schon auf der YouTube-Seite Und wir sehen Banani-Mani Offizielles Musikvideo Und natürlich müssen wir ein Like da lassen Und, oh mein Gott, das Video kam erst vor eine Stunde online Also, ich bin top aktuell Wie immer, Freunde, das wisst ihr ja Und, naja, ich mach einmal den Vollbildmodus an Und wir reagieren jetzt auf das Video Hey, yo, Ali Ein Döner mit alles, bitte Oh mein Gott, dass das Video direkt so losgeht Das hätte ich mir denken können Ein Döner mit alles, Freunde Ich glaube, ich muss dazu nichts mehr sagen Hey, wer hat dir erlaubt, meinen Namen zu erwähnen? Ali Warte mal, warte mal, warte mal Ali heißt der Schulmau bei etwa Ali? Oha, das wusste ich selber noch nicht Ali, ein Döner, bitte Hä? Was? Lami und Banani in echt Hey, yo, die Döner sind fertig Oha, was macht das Kind denn da? Da ist einfach so ein Kind reingelaufen Oh, Sui Oh, kleiner Junge Willst du ein Bild mit uns machen? Hä, ja, aber Banani Du machst ja Musik und so Und kannst du auch mal einen Song machen, der so geht? Lami, Banani Zählen das Mani Ähm Und fahren im Ferrari Äh, oder Im Bugatti Ja, das ist ja mal ein mega Krasses Lied Und Lami und der Schulmau Aber Han, glaub ich, die gleiche Meinung wie ich Der Song war irgendwie ziemlich Ohio-mäßig Äh Was soll das denn bitte für ein Song sein? Ich hab absolut keine Ahnung Oh, weißt du was, kleiner Junge? Das ist ein toller Song Was? Wie kann Banani das denn sagen? Ja gut, ich bin mal gespannt, was Banani jetzt noch weiter erzählen wird Ich hoffe, der rettet sich noch irgendwie Wirklich? Äh, nö Oh, Manu Schulmau hat genau dasselbe gesagt wie ich Wirklich? Äh, nein Oh, Manu Hä, Banani, was machst du da? Hm, na, was denn wohl? Ich zeig euch, dass der Song wirklich richtig krass ist Okay, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, wie Banani das hinbekommt Oh, haha, okay Okay, okay, okay Also Banani hat das Lied sozusagen von dem Kind genommen Und einfach viel, viel besser gesungen Das ist mal richtig krass Man muss auch sagen, das Video ist echt richtig gut bearbeitet Wie jedes andere Musikvideo auch Und jetzt, glaube ich, kommt gerade der Beat Drop Also ich bin echt gespannt, wie das weitergeht Okay, okay, okay Die sind gerade in den Pool gesprungen Und der Schulmauer kommt sich angeschlichen Und er tanzt mit Hey, let's go Okay, der Schulmauer hat auch ziemlich viel Spaß Oder sollte ich ihn eher Ali nennen? Oh, wieder ein richtig cool Effekt eingebaut Warte mal, warte mal, warte mal Ist das hier schon wieder ein neues Mädchen? Ey, also ich glaube, Banani hatte die Musikvideo ein anderes Mädchen gehabt Das ist ziemlich sus an der Stelle Oh mein Gott Jetzt fahren sie zur Villa hin Oh, jetzt kommt, glaube ich, der heftigste Beat Drop, den ihr je gesehen habt Aber ansonsten ist es richtig cool Oh, warte mal, ich glaube, Banani hat seine ganze Freude eingeladen Und auch ein Typ mit dem Pino-Kostüm Okay Und der tanzt auch und hat ziemlich viel Spaß, so wie es aussieht Und ganz viele Feuerwerkeffekte sind da Und lass mich raten, das Video ist vorbei Das Musikvideo heißt Im Vorletzten, nee, in irgendeinem auf jeden Fall In letzter Zeit Und ich habe ja auch noch gar nichts erledigt Naja, ich mache einfach alles morgen Diese Einstellung, die kenne ich auf jeden Fall Oh, warte mal Emily ruft an Oh oh Hallo, Emily Oh, Lamy, du bist heute schon wieder zu spät Obwohl du eigentlich pünktlich nach Hause kommen wolltest Hey, Emily Ich bin doch schon auf dem Weg, Mann Lamy, wenn du in fünf Minuten nicht zu Hause bist Dann mache ich Schluss Warte mal Das kann sie doch nicht ernst meinen Warte mal, was? Also beeil dich, Lamy Ähm, Emily Du machst doch eh nicht Schluss Ich weiß Ja, das sehe ich auf jeden Fall genauso Hey, ich muss mich beeilen Aber warte mal Oh mein Gott Ich muss doch noch den 1-Million-Abonnenten-Zong aufnehmen Oh, Mann Was mache ich denn jetzt? Er muss auch noch heute fertig sein Da muss sich Lamy aber echt mal beeilen Oh, aber warte mal Ich glaube, ich habe da so eine kleine Idee Oh, Lamy Ich mache gerade Kaki Äh, ja, Banani Schönen Äh, ja, ja Gut zu wissen auf jeden Fall Aber ich brauche unbedingt deine Hilfe, Mann Hilfe? Was ist denn los? Naja, Banani Es geht um den Song Oh, den Song? Ja, du weißt welchen Song Also komm ins Musikstudio Und tu, was du tun musst Oh, na gut Dann wollen wir mal Ey, das ist doch mein Haus Was macht Banani denn in meinem Haus, ey? Sui, sui, sui Ich glaube, ich habe noch Kaki In der Hose Äh, okay Oh, na dann wollen wir mal Oh, hier ist ja schon ein Zettel Wow Songtext Alle sagen zu mir Es wird sich nicht lohnen Okay Lamy's Text für den Eine-Million-Abonnenten-Song Na los, Affi Gib mir den Beat Ja, let's go Oh, let's go Oh, let's go Oh, let's go Oh, let's go Der Schulmobber ist auch wie die Und warte mal Majo auch Let's go Oh, wie cool ist das Warte mal, das war voll die coole Kamerafahrt gerade Ja, Lamy, da bin ich wie ein Roster Warte, ganz genau die hier Da stand einfach hinweg gerade Der arme Affi Oh, Mann, ey Oh, gleich bin ich zu Hause Ich hoffe, ich bin nicht zu spät worden Oh, da bin ich Und, Lamy, was ist diesmal deine Ausrede? Naja, ich hatte noch voll die wichtigen Sachen zu tun Sind sie Thaddeus? Nein Oh, warte, ey Warte mal Die alten Spongebung-Folgen sind echt die besten Sehr, sehr lustig Schon gut, lass dir Zeit Ja, ja, ist klar Und außerdem konnte ich jetzt auch nicht meinen Song aufnehmen Äh, meinst du etwa den Song, den Banani da hinten singt? Äh, warte mal, gib mir mal das Ding her Ja, wo ist die Banane? Äh, ja, genau den Song Und den sollte eigentlich ich singen Hm, Lamy, wenn das so ist, dann los Sing deinen Song Ja, let's go Warte mal, was? Hier und jetzt? Ja, okay, warte mal Hä, was war das denn jetzt? Oh, na los, Lamy, du bist dran Hm, na gut Okay, okay, okay Oh mein Gott, warte mal Das hört sich aber richtig gut an Und ihr wisst sowieso Dass ich niemals aufhöre Nein, nein, ich will mehr als nur eine Million Ich hatte Zweifel, doch es hat sich gelohnt Nein, es war nicht leicht, doch ich hab ne Vision Ey, vor einem Jahr noch 100k Und jetzt sind wir schon alle Millio Hey, das ist so, so cool gemacht Wir sind alle Millio Ich glaube, das sind gerade zum allerersten Mal Auf einem Song von Banani Das musst du unbedingt öfter machen, auf jeden Fall Oh, 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 oh Wieder 800k Ist das unter einem Jahr Ist das alles nur ein Oh Oder ist das alles wahr Wie mein Leben gerade live Alles mal vermindbar Aber ich hier, Lamy, da Fie mich wie ein Myster Alles nur für die Community Und die Family Oh, und da taxen jetzt alle Charaktere Alle singen diese Melodie Voller Fantasie in der Galaxie. Hey Freunde, ich muss euch ehrlich sagen, das war glaube ich das epischste Musikvideo, das Lamy je gemacht hat. Von den Kamerafahrten und generell von der Melodie. Ja, alles einfach eine 10 von singen, so wie immer. Aber Freunde, das wär's mit diesem Update gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, damit wir dieses Jahr noch die 25.000 Abonnenten knacken. Und checkt auch unbedingt das Video auf dem Bildschirm ab, das ist auch sehr, sehr cool geworden. Oh, über 800 K, ist das unter einem Jahr? Ist das alles nur ein Bum, oder ist das alles wahr? Wie mein Leben gerade live, alles neu von da war. Da, wie hier, da, wie da, bin ich wie ein Worldstar.